Grüß euch, liebe Ebenen, und willkommen zu einem neuen... Leute, ich hab ein neues Lieblings-LMG, und zwar die Brune. Die wurde nämlich nicht genervt, irgendwie. Ich hatte das Gefühl, die wurde eher gebufft. Auf jeden Fall ist das die perfekte Waffe für die Distance. Ich hatte wirklich Spaß mit der kleinen Maus. Ich nenne sie ja liebevoll Heike. Und wenn ihr Bock habt, probiert das Ganze auch mal aus. Das ergibt wirklich Sinn für Distance-Fights. Am Ende des Videos zeige ich euch wie immer natürlich die Klasse. Aber jetzt gehen wir erstmal rein in eine Runde Gameplay, denn das lohnt sich wirklich. Probiert es wirklich mal aus und schreibt mir eure Meinung zur Brune in die Kommentare. Auf geht's zur Runde Warzone mit ja Brune. Und Hintergrund quatscht die ganze Zeit einer, der mir immer reinlabern muss. Darf ich jetzt? Danke. So, das hat aber gedauert. Was spiel ich denn hier? Wo ist denn der? Ach, da drüben juchtelt er rum. Och komm, die zwei Abschüsse. Naja, egal. So Leute, Brune am Start. Und ich sage euch, die macht mega, mega Spaß. Oh, da ist das schon der erste, der Party will. Okay, das war jetzt auf Nähe. Da ist natürlich jede SMG besser. Aber für die Distance gibt es nichts Besseres. So, wir brauchen mal noch ein Dröhnchen, dass wir uns ein bisschen umgucken können, wie die Leute so abchillen. Ich kann euch nur sagen, es bockt auf jeden Fall wie Sau, aktuell mit der Brune zu zocken. Selbst das war jetzt noch auf Nähe, aber trotzdem schon mal geil. Vor allem, wenn wir jetzt ein bisschen auf Distance dann gleich gehen. Ah, Baby. War auch nicht auf Distance, egal. Oh, da ist einer. Trotzdem macht die Damage. Natürlich ist der SMG da sicherer, aber es macht trotzdem Laune. Moin. Wo ist er denn? War da gerade einer. So, ich bin ja voll riskant aus. Macht Laune. Ah, das meine ich. Oh, geil. Schussverkauf, da kann ich mir den Dronorinos holen. Oh, ich dachte, ganz kurz hier drin sitzt noch einer. Deswegen habe ich hier kurz reingeguckt, Alter. Ah, da ist noch einer. Oh, den habe ich noch gekriegt. Meine Herren. Oh, habe ich mich verjagt. Oh Gott, Alter. Ah, Sarah. Oh, Mann, wie viel denn noch? Na, okay. Ich hol mir mal schnell mein Loadout wieder, ja? So, komm her, hier. Wo ist die Kiste? Hier oben, ne? Ja. Ich hol mir mal schnell mein Loadout wieder. Ach, danke schön. Ich hatte ein bisschen Angst. Aus damit. Okay, ne Sau. Dronor raus. Alter, der ist gleich hier links. Ja, natürlich ist hier noch einer. Das ist zum Kotzen, das Spiel. Entschuldigung. Okay, dann gehen wir noch eine Runde rein. Ich bin heiß wie Frittenfeld. So, letzte Runde noch für heute. Ich habe noch Bock, alles rauszuholen. Gucken, was wir noch für Dummheiten einstellen können. Die Gegner sind auf jeden Fall heute gut drauf. Hast du noch aktuell Winterferien? Wahrscheinlich trennen die alle ein bisschen am Rat hier. Da wisst ihr, wie es ist. Die Reflexe werden im Alter nicht besser. Ruhe hier. Jetzt ist deine Krone auch nicht. Der König wollte es unbedingt nochmal wissen, ne? Ich habe es gerochen. So, aber auf jeden Fall haben wir Slota schon zusammen. Kommt der König nochmal zurück, oder was? Aber bitte fahre jetzt nicht hier runter. Ausrüstungslieferung. Okay. Ist nicht so tief. Oh, ist ja fast erschlagen worden. Die Distance. Aufpassen. Erst den und dann... Jetzt ist er weg wegen dir. Der mir ins Bild gesprungen ist. Oh, wegen dem muss ich jetzt runter vom Dach hüpfen. Mensch, ich hatte so eine schöne Position. Das war richtig schön zum Abgucken hier. Äh, so runterschauen. So, wieder hochklettern. Oh, bitte sitzt hier nicht einer und kämmt alles ab. Ich habe es gerade noch gedacht und leicht ausgesprochen. Bitte sitzt jetzt hier nicht einer und da und kämmt ab. Und er macht es natürlich. Ich habe nicht dran gedacht. Ich habe... Ich habe mal... Ich habe... Ich habe das gute Menschen gerade gehofft. Einfach. Sind denn die alle hin? Und dann kommen es wieder alle auf einmal. Ganz halt keiner da und dann mit einem Ruck oder was. Man kennt das Spiel. Oh, der Kraken wurde befreit. Jetzt kann ich mir auch mal eine Drohne holen. Dass man hier endlich mal... Weiß, wo die Kollegen sind. Sind alle hier vorne am Leuchtturm oder was? Da sind sie gerne. Auf jeden Fall nicht hier hoch. Da warten sie wieder und campen die Leute ab. Boah, da ist aber noch einer schon wieder. Ich rieche es doch. Den hole ich jetzt noch brühen. Wenn ich ihn sehen würde. Ah, sehr schön. So, hier geht die Action. Okay. Gehen wir hier hoch. Ruhe jetzt hier mit dir. Hüpfe ich nicht immer rum wie so ein Reh. Lachen wir da mal nach, bitte. Ich wollte eigentlich mit der Brune ein paar Kills machen. Aber wenn wir jetzt hier so im Häuser kamen sind, können wir ja bloß die Close-Range-Fights machen. Ich komme auch gar nicht dazu, meine Brune mal nachzuladen. So, jetzt reicht es mir. Jetzt gehe ich mal raus hier. Ich will mal langsam mit der Brune was killen. Was? Sag mal, wo kommt ihr denn alle her? Wie die fliegen, Alter. So, kann ich jetzt mal die Brune nachladen? Meine Herren. Okay, Runde ist auch gleich vorbei. So, kommt hier noch einer irgendwo lang? Fünf aktive Trupps. Da oben ist garantiert noch einer irgendwo. Könnte ich wetten. Viele haben Geist, ne? Und jetzt kommt dort noch ein Airstrike. Hier oben ist garantiert einer. Okay, der kämpft dort oben und wartet praktisch bloß, bis einer hochkommt. Und einer ist auf dem Leuchtturm. So, Maske. Einer ist oben, sehe ich auf dem Radar, aber der andere weiß ich nicht. Ach, Mensch. Ich bin rumgehuppe immer wie so ein Kuppi, Alter. Okay, zweiter Platz. Ach, na gut. Danke, Lieben, das war's mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Für euch noch ein Däumchen, für mich ein Träumchen. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Also bleibt gesund, benehmt euch und haut. Riliu- Gruppe. Für euch noch einige� TJ- Ronaldo?